Herzlich Willkommen zu Fallout Nummer 4 Fallout 4 Es gab noch nie Teil 1 gespielt, noch nie Teil 2, noch nie Teil 3 und ich spiele Teil 4 zum ersten Mal Los gehts Ich kann euch nicht wundern, die Ladesequenzen sind am Anfang immer dauert immer ein bisschen, also nicht dass ihr echt wundert aber sehen wir alle denn Ich bin ja mal gespannt wie die Grafik mit sich überhaupt aussieht und Gameplay mit sich überhaupt und dann So Witte ist der Game Studios Präsentieren Fallout 4 Krieg Krieg bleibt immer gleich Im Jahr 1945 diente mein Ur-Ur-Großvater in der Armee Und er fragte sich wann er wieder nach Hause kommen würde zu seiner Frau und seinem Sohn den er noch nie gesehen hatte Sein Wunsch ging in Erfüllung als die USA mit den Atombomben abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den zweiten Weltkrieg beendeten Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen Die Leute genossen Luxus der zuvor nur in Science Fiction Romanen möglich waren Roboter im Haushalt Kursionsgetriebene Autos Tragbare Computer Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt Und es gab ein böses Erwachen Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt Alles ging den Bach runter Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung Wir schreiben nun das Jahr 2077 Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges Ich habe Angst Angst um mich meine Frau und meinen kleinen Sohn Denn wenn ich eins in der Arme gelernt habe dann das Krieg Krieg bleibt immer gleich Krieg bleibt immer gleich Wie lässt es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen Meinst du? Klar Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen Okay Na ja, der sieht da so fast so aus wie... Lass mal den gleich mal so Ja, Körper Ja, hm Wie kann man die denn ändern? Ja, ok Wie sieht denn aus? Ja, hm Ich denke mal, wir lassen nicht mal so mittig Wohin Lassen wir jetzt so Gesicht lassen wir auch Warte mal F Könnten wir noch mal probieren Äh, achso Könnten wir noch Form Ah, ne Komm, den lassen wir mal so Und dann geht es hier weiter Ja Automatisch jetzt speichern Also wie gesagt, wir spielen hier äh äh, grafische Tales of Super Ultra Und ja Und ja Ich spüle endlich schon mal den zum ersten Mal Fallout 4 Äh Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen Schauen wir mal Wie sich das Spiel sich so entwickelt hier Oh Gott Aber denn da Ein Kindchen, auch so süß Kuli, kuli, kuli Mh, hm, hm. Der sehr drollig gemacht So, Gott haben wir hier Natürlich Schleichsperrung hier So... Was müssen wir denn jetzt hier? Wir müssen mal anquatschen hier. Okay. Hm, da verbrüht man ja die Knochen. Korknack der Baba im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ah. Meine Frau. Das wäre ja klasse, was? Zuhause? Alle zur Macht? Sehr klasse. Oh, ich schreit. Nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Schorn. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Codsworth kommt wirklich super mit Schorn zurecht. Hey, Schatz. Ich glaub's nicht, dass es schon fast Halloween ist. Wir müssen Schorn's Kostüm fertig machen. Ein kroster Fernseher. Sehr, sehr stylisch auf jeden Fall. Auf der Insel Mambajau sind die Rechte sehr kalt, was für Südostrasien zu dieser Jahreszeit unüblich ist. Aber die fünfte Infanteriedivision Okay. Ähm. Bomben. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Wahrscheinlich der Vertreter. Der kommt jeden Tag. Oh, was will denn der von mir? Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Äh. Vault-Tec? Was war das noch? Oh. Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterdünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Ja. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Äh. Hm. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, ähm. Ja, wäre früh. Äh. Äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Hm. Ich bin gut genug Platz. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Aber sicher. Ja. Abgesehen von Ihrem Roboter, natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, äh, total nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Hm. Okay. Legen wir los. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nun, also dann. Name. 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 Das hätte mir keinen Namen ein. Äh. Mario, der Gute. Ähm. Ärger. Stärke. Sprinten deiner Aktionspunkte verbraucht. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überdehnungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Beweglichkeit respektieren deine Reaktionszeit und dein geschickt. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück zeigt, wie gut ist das Schicksal mit Diamant. Der Wert bestimmt, die Aufladerate für kritische Treffer und Qualität gefundener Gegensterne. 21 haben wir frei. Ich muss jetzt mal so verteilen. Ja, mach mal viel, für viel. Da haben wir von jedem etwas. Annehmen. Wunderbar, das war alles. Äh, ich bring das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich hab meine Momente. Ja, die hab ich hoch. Sean, Sean ist bewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich wollte gerade was sagen. Du stirbst gerade. Du bist eine väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast kurz was gehört. Los. Und bevor wir das Baby wickeln und füttern und ruhig stellen, machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter Haut herein. Bis gleich.